Nein. Aber nur passt hier. Also die Michi hat sich jetzt entschminkt, weil sie sich mal wieder alles kaputt gemacht hat und nicht aufpassen konnt und sich im Auge rumgespielt hat und alles und jetzt kann man sie wieder anschauen. Und wir waren gerade in der Stadt und ja, haben Sachen angeschaut und da war gerade irgendwie so rumgel. Und so riesen Rad und so und es hat ein wenig nach Zuckerwarte und da war auch ein wenig nach Scheiße gestunken. Dreimal glaube ich, wenn ich mich nicht erzählt habe. Äh, ja, dreimal. Ja, dreimal nach Scheiße. Und an Trabi habe ich gesehen. Ah, davon habe ich ja gut gemacht. Natürlich. Nur für mich. Weil der war sogar noch angemeldet. Also, das müssen wir schon dokumentieren. Wenn dann noch so ein Trabi rumfährt. Also wenn er gefahren wäre, wäre es natürlich noch geiler. Aber, naja. Ähm, später gibt es Pizza und danach gehen wir auf so einen Jugendraum-Dingsbums mit, äh, wie war das, äh, also auf jeden Fall kann da jeder hin und auf die Bühne. Und wer auf der Bühne ist, wird Freibier und kann saufen. Und danach gehen wir noch in eine komische andere Straße, den Namen ich vergessen habe. Und da kann man noch mehr Saufen und Feiern und Menschen kennenlernen. Und, ja, Michi macht Bilder. Die Bähfrau. Bähfrau? Ja, Bähfrau. Warum Menschen Bähfrau? Weil... Dado. Ja, bis zum nächsten Mal. Tja, bis zum nächsten Mal. Ok? Vielen Dank.